Erstens habe ich mir gesagt, ich werde nicht mit meinem Kopf im Gefängnis leben. Mit dem Kopf werde ich in Freiheit leben. Wenn ich etwas unternehmen musste, zum Beispiel wenn ich in einer Strafzelle saß, um mich herum nichts als graue Wände. Da habe ich zum Beispiel im Kopf, irgendein Zimmer in meinem Haus einzurichten begonnen. Ich bin all die Wege abgegangen, die ich kenne und habe mir dabei überlegt, was sich dort vielleicht verändern, verbessern könnte. So etwas hilft. Als ich dem Mann begegne, der einer der schärfsten Kritiker Wladimir Putins ist, kommt der Kampf um Russlands Zukunft mit einem Mal ganz nah. Michael Borissovich Khodorkovsky war einer der mächtigsten Unternehmer Russlands. Zehn Jahre saß er im Gefängnis, wurde begnadigt und erneut zur Fahndung ausgeschrieben. Unter größten Sicherheitsvorkehrungen lebt er heute in Großbritannien. Man merkte sofort, dass vor einem ein Mensch sitzt, der dem Lauf der Geschichte nicht nur von außen zusehen will, der weiß, es geht bei historischen Ereignissen immer auch um das, was sich in den Köpfen abspielt. Seid dabei, wenn ich Michael Khodorkovsky treffe. Herzlich willkommen bei Das Buch meines Lebens. Mein Name ist Jagoda Marinic, ich bin Autorin und Host dieser Sendung und freue mich gleich mit meinem Gast eine Stunde über Bücher, das Leben und die Welt zu sprechen. Ich habe heute einen sehr besonderen Gast, wenn es um Bücher geht, bei mir. Ich freue mich sehr. Dobrodošli. Michael Borissovich Khodorkovsky. Lesen, Bücher. Ich habe in der Vorbereitung viel gesucht, wo Sie über Bücher reden und welche Bücher Sie mögen und freue mich, dass Sie heute hier sind. Und was bedeuten Bücher für Sie? Was bedeutet Lesen für Sie? Glauben, gibt es wirklich die Bücher Ihres Lebens? Ich kann von mir nicht behaupten, dass mich ein bestimmtes Buch durchs Leben geleitet hätte. Nein, natürlich. Ich lese einfach gern und viel. Außerdem weiß ich, dass Bücher mir mehr Unterhaltung bieten als Filme. Ich habe mich lange gefragt, warum das so ist. Und irgendwann habe ich das auch verstanden. Wenn du einen Film anschaust, bestimmt das Tempo deiner Informationsaufnahme der Filmemacher. Beim Lesen dagegen bestimmst du dieses Tempo selbst. Das liegt mir offenbar mehr. Und offenbar besitze ich genügend Fantasie, um mir die Bilder hinter dem Text vorzustellen. Ich habe immer wieder mal versucht, mir mehr Filme anzuschauen. Aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Meine Kinder sind da schon anders. Die ganze Generation ist überhaupt ganz anders. Wenn ich zum Beispiel verstehen will, wie meine Waschmaschine funktioniert, hole ich mir die Bedienungsanleitung, egal ob auf Papier oder online, und versuche das zu lesen. Meine Kinder dagegen schauen sofort, ob es da was auf YouTube gibt. Und sie sind schneller wahrscheinlich, die Kinder? Na ja, sie sind vielleicht schneller, aber vielleicht auch nicht ganz so genau. Wenn ich nämlich die Anleitung lese, achte ich natürlich auf verschiedene Elemente und behalte die dann auch im Kopf. Wenn meine Kinder ein YouTube-Video anschauen, verstehen sie bestimmte Dinge sehr schnell. Aber meistens spricht da doch jemand in einer ganz bestimmten Situation zu ihnen. Das kann dann auch mal ziemlich ungenau sein. Erinnern Sie sich, wann das Lesen in Ihr Leben kam? Also haben Sie als Kind schon gelesen? Haben Ihre Eltern Ihnen vorgelesen? Wahrscheinlich, aber ich erinnere mich nicht mehr daran. Ich bin ja in der Sowjetunion geboren und habe die meiste Zeit mit den Großeltern verbracht. Meine Eltern haben gearbeitet, die hatten nicht viel Zeit. Aber sie müssen mir schon vorgelesen haben, denn ich kenne all diese Kindermärchen. Erinnere mich aber nicht, dass ich sie selbst als Kind gelesen hätte. Das heißt, irgendwie müssen sie in meinen Kopf gekommen sein. Und erinnern Sie das erste Buch, das Ihnen wichtig war? Nein, das weiß ich nicht mehr. Wie alle Kinder habe ich mit dem Lesen im Kindergarten begonnen. In der Sowjetunion gab es ja strikte pädagogische Vorgaben. Das heißt, wir haben damals vor allem die klassische Literatur kennengelernt, also die klassische russische Literatur. Auch in der Schule war das so. Und daher kenne ich die Werke von Puschkin, Lermontow, Dostoevsky und viele andere. Aber ich muss schon auch sagen, dass diese Didaktik nicht gerade dazu beigetragen hat, dass ich diese Bücher später nochmal hätte lesen wollen. Also die Stränge, die... Genau. Diese Stränge, dass ich als Kind all diese Werke lesen und dann auch noch auswendig lernen musste. Ich könnte wahrscheinlich noch heute etwas von Puschkin vortragen. Aber das irgendwann nochmal zu lesen, den Wunsch hatte ich nie. Ich habe natürlich hunderte andere Bücher gelesen, aber nie mehr irgendeines aus meiner Kindheit. Ich bin in Moskau geboren. Meine Eltern kommen aus Moskau und ich habe mein ganzes Leben da gelebt. Es ist irgendwie komisch, aber auch bezeichnend für unsere Zeit. Mein ganzes Leben hat sich entlang einer einzigen Metrolinie abgespielt. Die Stationen WDNH, Sviblovo und andere, das waren sozusagen die Stationen meines Lebens. Zumindest in der sowjetischen Zeit. Also bis ich ungefähr 30 war. Wir haben einige Bücher, die Sie mitgebracht haben. Sie haben sich auch nicht entscheiden können, wie die meisten unserer Gäste. Wir haben ein Buch von Ihnen, das gerade auf Deutsch übersetzt ist. Was tun? Über welches sollen wir zuerst reden? Schwierig zu sagen. Wahrscheinlich das Buch, das mir am meisten gefällt. Es ist schwer, ein Gott zu sein. Es ist schwer, ein Gott zu sein. Ah ja, das ist es. Von Strugatsky. Das gefällt Ihnen am besten, von denen, die Sie mitgebracht haben. Ja. Also sagen wir so. Der Montag fängt am Samstag an. Ebenfalls von den Strugatskys ist natürlich ein sehr witziges Buch, das sich gut liest und aus dem man eine Menge über unser Leben in der Sowjetunion erfährt. Über die hochgebildeten Ingenieure, die Wissenschaftler jener Zeit. Und das spricht mich natürlich an. Es ist schwer, ein Gott zu sein. Dagegen verhandelt ein eher philosophisches Thema. Was mir an dem Buch gefiel, dass ich es nicht gleich verstanden habe. Ich habe es in meinem Leben mehrmals gelesen und jedes Mal neue Facetten entdeckt. Einmal habe ich sogar einen der beiden Autoren persönlich getroffen und ihn gefragt, wie habt ihr das alles so genau vorausgesehen? Denn das Buch beschreibt sehr genau die Wirklichkeit, die wir jetzt unter Putin erleben. Und da hat mir Boris Strugatski geantwortet, wir haben überhaupt nichts vorausgesehen, sondern einfach das Leben beschrieben, wie wir es in den 60er Jahren gesehen haben. Wir sind ja nicht schuld, dass die Spiralen der russischen Geschichte offenbar immer so nah beieinander liegen. Dass man den Eindruck hat, wir bewegen uns im Kreis. Und wenn Sie sagen, es ist ein philosophisches Buch und Sie haben es immer wieder gelesen, in welchen Momenten, also um das Regime zu verstehen, oder warum genau, was haben Sie daraus gezogen? Ich würde nicht sagen, dass ich dadurch etwas Bestimmtes begreifen wollte. Wir verstehen auch so, was derzeit abläuft. Aber in bestimmten Augenblicken kam es mir so vor, als könne mir dieses Buch ein gewisses Gefühl für das aktuelle Geschehen vermitteln. Du machst dann sozusagen einen Abgleich zwischen deinem eigenen Empfinden und dem, was die Autoren damals fühlten. Und wenn diese Empfindungen auf einer Welle schwingen, überträgst du das auf Situationen, mit denen du dich heute konfrontiert siehst und nutzt sozusagen diesen emotionalen Zustand, um deine eigenen Prognosen anzustellen. Mit diesem Buch ist es den beiden Autoren zweifellos gelungen, diesen emotionalen Zustand hervorzurufen. Und Sie sagen, die Autoren beschreiben etwas Eigenes auf ihre Art. Wenn Sie es auf ihre Art beschreiben, wie würden Sie das beschreiben? Was geschieht? Wissen Sie, es gibt da einen wesentlichen Unterschied zwischen mir und, sagen wir, Autoren guter Romane. Ich bin ein eher technisch denkender Mensch. Wenn ich schreibe, kommt dabei eine Anleitung heraus. Instruktionen kann ich wirklich toll schreiben. Wenn Sie etwas lesen, das ich geschrieben habe, werden Sie wahrscheinlich ziemlich genau wissen, warum Sie den rechten Hebel bedienen müssen, den Linken aber auf keinen Fall anfassen sollten. Sie auf emotionale Weise dazu zu bewegen, den einen oder anderen Hebel zu bedienen, wird mir dagegen eher nicht gelingen. Den Strogatzky-Brüdern schon. Die Autoren beschreiben ja aber eine Welt, ein feudalistisches Terrorregime. Also sie beschreiben eine Welt auch von Repressionen. Sie selbst leben ja nicht mehr in dem Moskau, und nicht mehr an der U-Bahn-Linie, von der Sie erzählt haben. Wie blicken Sie eigentlich auf das, was Sie zurückgelassen haben? Also wie blicken Sie jetzt auf das Russland, in dem Sie im Moment nicht zu Hause sind? Wie sehen Sie die Gesellschaft dort? Ich würde sagen, dass die beiden Autoren in ihrem Buch ein Terrorregime beschreiben, ist nicht zu entscheiden. Darüber haben Sie auch noch andere Bücher geschrieben. In »Es ist schwer, ein Gott zu sein« versuchen Sie dagegen, eher zu zeigen, wie sich ein solches Regime allmählich entwickelt. Von einem relativ sanften hin zu einem ziemlich strengen Regime. Und irgendwann vollzieht sich dann so eine sprungartige Veränderung, die zur Folge hat, dass sowohl diejenigen beseitigt werden, die sich der allmählichen Veränderung des Regimes widersetzt haben, als auch diejenigen, die diese Veränderung aktiv herbeigeführt haben. Zugleich greift dieses Buch eines der zentralen Themen auf, die heute in der russischen Opposition diskutiert werden. Die Frage, warum unsere Gesellschaft nicht auf eine große Heldenfigur warten sollte. Weil diese Heldenfigur es nämlich vermutlich auch nicht besser machen würde. Da kann sie noch so ein guter Mensch sein. Und noch so redliche Absichten haben. Am Ende geht es doch wieder schlecht aus. Es steht uns also erstens noch ein ziemlich steiniger Weg bevor. Und zweitens, wenn etwas gut ausgehen soll, so müssen das auch wirklich alle wollen. Warum glauben Sie so an dieses Dezentrale, an diese Kraft, dass man eben, wie Sie gerade beschrieben haben, eher sich die Menschen bewegen müssen und man nicht warten darf, bis eine Heldenfigur kommt, die am Ende ohnehin wieder ihre eigenen Beschränkungen haben wird? Also, erstens glaube ich nicht an Helden, weil ich selbst in meinem Leben so einige Heldenfiguren miterlebt habe, die sich später in ihr Gegenteil verwandelt haben. Das waren gute Menschen, die ich persönlich gekannt habe. Aber dann hat sich herausgestellt, es geht gar nicht so sehr um die Macht an sich, die diese Menschen sozusagen verdirbt. Es sind also nicht die Handlungsmöglichkeiten an sich, die den Menschen korrumpieren. Nein, die Menschen werden schlecht durch ihr Milieu, ihre Umgebung. Wobei hier jetzt keine Rolle spielt, ob sie schlechter werden oder sich einfach nur verändern. So ein Milieu bilden übrigens auch die Medien, aber natürlich auch die persönliche Umgebung. Und da sehen wir, dass die Umgebung, die sich um ein Machtzentrum herum herausbildet, dieses Machtzentrum allmählich zu blockieren beginnt. Da bildet sich zunächst ein erster Kreis heraus, durch den der Mensch im Zentrum vielleicht noch selbst hindurchkommt. Dann blockiert ihn die Umgebung mit einem zweiten Kreis. Da kommt er selbst nur noch schwer hindurch. Aber er kann sich noch Informationen von außen beschaffen. Und dann bildet sich noch ein dritter und dann noch ein vierter Kreis. Genau deshalb ist die Ablösung, der Wechsel der Macht so wichtig. Denn diese Kreise bilden sich in jeder Herrschaftsform heraus, aber erst allmählich im Laufe der Zeit. Sie haben einmal gesagt, aber in einer Diktatur geht der Wechsel der Macht ja nicht friedlich, nicht durch Wahlen, sondern er geht dadurch, dass sich Menschen im Untergrund organisieren oder wo auch immer, dass es sich von Menschen was bewegt. Sie sprechen vielleicht an einer besseren Welt. Wie kommt man da hin? Russland ist ja ein riesiges und überaus vielfältiges Land. Die Menschen haben unterschiedliche Ansichten. Es gibt regionale Besonderheiten, unterschiedliche klimatische oder geografische Bedingungen, unterschiedliche Nachbarvölker. Ein einzelner Mensch wird mit tausenden verschiedenartigen Problemen konfrontiert, die zwischen all diesen einzelnen Teilen bestehen. Das kann man als Individuum gar nicht überblicken. Um sein Amt überhaupt ausüben zu können, ist dieser Mensch gezwungen, sie alle zu vereinheitlichen. Er muss also sagen, gut, das sind alle Frauen. Nehmen wir an, die sind alle gleich. Und das sind alle Männer. Auch die sind alle gleich. Aber das sind sie doch nicht. Aber wenn sie alle verschieden sind, kann ich sie nicht regieren, es sind zu viele. Also gehen wir davon aus, dass sie alle gleich sind. Sie verstehen sicher, was dabei herauskommen muss. In so einem riesigen Land kann eine Ein-Personen-Herrschaft nicht funktionieren. Deswegen schreibe ich in meinem Buch, dass ein Land wie Russland unbedingt Parlamentarismus braucht. Politische Repräsentation sowie Föderalismus, also Repräsentation der Regionen. Das ist dabei ein anderes Thema. Wenn wir darüber sprechen, wie die Menschen die Folgen von Totalitarismus und Autoritarismus überwinden sollen, geht es nicht um diese vier Kreise. Diese vier Kreise werden im Idealfall einfach aufgebrochen. Und ich schreibe auch darüber, wie das möglichst effektiv, also mit möglichst wenig Blutvergießen, geschehen kann. Oder aber, sie werden einfach zur Seite geschoben. Die entscheidende Frage ist, wodurch unterscheidet sich Totalitarismus, eine harte oder auch reife Autokratie, von einem normalen oder nur leicht autoritären Regime. In so einem demokratischen, leicht autoritären Regime gibt es Modelle, die einen Machtwechsel im Rahmen der herrschenden Gesetze ermöglichen. Na gut, in einer gut entwickelten Demokratie ist das wahrscheinlich leichter. Aber auch nicht immer. Auch mehr Parteien-Systeme locken die Menschen mitunter in Fallen, aus denen sie nicht mehr herauskommen. Aber dennoch gibt es diese Möglichkeiten, die auch leicht umzusetzen sind. Bei einem leicht autoritären System ist immer klar, wenn, sagen wir, 52 Prozent gegen die derzeitige Regierung stimmen, kommt es dennoch nicht zu einem Machtwechsel. Weil die Regierung entweder Stimmen manipuliert oder von ihr kontrollierte Medien ins Spiel bringen wird. Man braucht dann wahrscheinlich schon 60 oder 65 Prozent der Stimmen, um tatsächlich einen Machtwechsel durchzusetzen. In einem streng autoritären oder mehr noch totalitären System sind sie sich bewusst, dass sie im Rahmen der geltenden Gesetzgebung keinen Machtwechsel erreichen können. Wenn sie nach Recht und Gesetz handeln, ist ein Machtwechsel unmöglich. Sie müssen also in jedem Fall das Gesetz übertreten. Darin liegt der Unterschied zwischen Reformen und Revolution. Wenn wir davon sprechen, dass wir die Gesetze brechen, sie missachten müssen, dann ist das bereits eine Revolution. Diese kann friedlich sein oder aber nicht ganz so friedlich. Aber in jedem Fall wird es eine Revolution sein. Eine geplante, vorsätzliche und unausweichliche Übertretung der Gesetze. Wenn Sie sagen, es wird eine sein, glauben Sie an diese Revolution? Also ich glaube, im Moment viele Bilder, die wir erzählt bekommen, sind Bilder, wo man den Eindruck hat, die Bevölkerung hat sich doch irgendwie arrangiert oder sie hat selbst trotz dieses Krieges, das sind die Bilder, die Repräsentation, irgendwie arrangiert mit dem, was da ist. Das sind die Bilder. Ich sage nicht die Realität. Wie blicken Sie darauf? Also bekommen wir Bilder von etwas, was nicht stimmt oder erfahren wir die Unzufriedenen nicht, weil sozusagen der Totalitarismus schon so stark ist, dass diese Bilder nicht nach außen drängen? Oder wie sehen Sie, das Land hat es, das Potenzial hat, die Bevölkerung, gibt es genug Potenzial in der Bevölkerung für eine Revolution? Kennen Sie denn irgendein totalitäres System in der Welt, das ewig bestanden hätte? Auch nur ein einziges? Nein, ich auch nicht. Aber manche haben lange Bestanden. Ja, manche halten sich lang, aber keines ewig. Das, von dem wir sprechen, existiert bereits seit 25 Jahren. Und wir sind uns im Klaren, dass es seinen Schöpfer nicht lang überleben wird, der ja auch schon über 70 ist. Und dann schauen wir in unseren Geschichtsbüchern nach, in welchem Alter denn so die russischen und sowjetischen Diktatoren in der Regel gestorben sind. Stellt sich heraus, keiner ist jemals 80 geworden. Mit der durchschnittlichen Lebensdauer hat das nichts zu tun. Sie alle hätten ihr Leben nach Belieben verlängern können. Und doch ist keiner von ihnen 80 geworden. Wir können also mit großer historischer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sich Putin in seiner letzten Dekade befindet. Sogar die Kommunistische Partei hatte seinerzeit eine gewisse Ideologie. Sie hat riesige Menschenmassen bewegt und tut das übrigens auch heute noch. Selbst im kommunistischen System konnte ein Herrscher den anderen ablösen. Das hat diese Ideologie zugelassen. Das Putin-Regime hat keine Ideologie. Na gut, bis auf die fröhliche Parole, dass unser Land eine von allen gefürchtete Großmacht sein soll. Für eine Ideologie ist es ziemlich schwach. Eine Ideologie, die aber groß genug ist, um zum Krieg gegen die Ukraine zu führen. Also diese Ideologie, die hat schon auch konkrete Folgen. Natürlich. Aber der wahre Grund für den Krieg ist kein ideologischer, sondern einfach der Wunsch, Putins an der Macht zu bleiben. Deswegen sagt er ja ständig, dass wir von Feinden umgeben sind, mit denen wir eben von Zeit zu Zeit Krieg führen müssen. Sie wissen ja, die russischen Medien sagen nicht, wir führen Krieg gegen die Ukraine, sondern wir führen Krieg gegen die NATO. Bitte, da darf man jetzt keine Logik erwarten, wie wir kämpfen gegen die NATO, die die Nazis in der Ukraine unterstützt, weil spätestens da verliere ich den Überblick. Wozu braucht die NATO Nazis in der Ukraine? Das ist wieder ein ganz anderes Thema, das ich auch nicht ganz verstehe. Jedenfalls ist das keine Ideologie, die ein konkretes Leitbild anbietet. Sie dient nur einer einzigen Aufgabe, nämlich zu zeigen, dass es da einen äußeren Feind gibt, den wir uns gemeinsam entgegenstellen müssen. Es ist ja nicht der erste Krieg, den er angefangen hat. Erst kam Tschetschenien, dann Georgien, dann die Krim-Annexion und jetzt diese groß angelegte Invasion in die Ukraine. Also insgesamt vier Kriege, letztlich angezettelt aus politischen Motiven. Dieses personalistische Regime beruht ausschließlich darauf, dass es die Kräfte in seiner Umgebung im Gleichgewicht hält. Und nach ihm wird kaum jemand dieses Gleichgewicht auch recht erhalten können. Allerdings, wenn die demokratischen Kräfte nicht kämpfen, sondern nur beobachten, was passiert, kann dieses autoritäre Regime einfach von einem anderen autoritären Regime abgelöst werden. Leider ist das durchaus im Bereich des Möglichen. So wie nach Stalin zum Beispiel. Der auch nicht aufgearbeitet wurde, der Stalinismus. Ja, leider stimmt das. In diesem Sinne hat Stalin sozusagen Glück gehabt. Das tiefe Trauma, das er in der sowjetischen und auch der russischen Gesellschaft erzeugt hat, wurde natürlich von dem Trauma des Zweiten Weltkriegs überdeckt. Ein Trauma wurde von dem anderen verdrängt. Er starb ja bereits acht Jahre nach Kriegsende. Die Überlagerung dieser beiden Traumata ist so, wie wenn sie in ihrer Wohnung eine Überschwemmung haben und anschließend ein Brand ausbricht und das ganze Haus abbrennt. Hätte es den Brand nicht gegeben, wäre natürlich der Wasserschaden für sie das Schlimmste gefissen. Aber so wurde das eine von dem anderen überdeckt. Warum, wenn Sie immer sagen, er braucht, um an der Macht zu bleiben, Krieg, warum hält ihn nicht Frieden an der Macht? Also will eine Bevölkerung nicht eigentlich in Frieden leben? Also was ist der Hintergrund, dass Krieg auch intern die Macht sichert für ihn? Die Bevölkerung will ja in Frieden leben. Schauen Sie, der Mann ist seit 25 Jahren an der Macht. Er kann das Leben dieser Menschen nicht mehr verbessern. Bis zu 60% der Steuern aus den Regionen Russlands gehen an ihn und er verteilt sie einfach an seine Entourage. Wie soll er den Menschen erklären, wozu sie ihn brauchen? Die Menschen begreifen doch, dass sie besser dran sind, wenn sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen. es bleiben ihm also nicht besonders viele Möglichkeiten. Und er arbeitet eben mit der Variante, wir sind von Feinden umgeben. Wir erklären sich die Menschen in Russland heute, warum wir den Krieg mit der Ukraine anfangen mussten. 60% der russischen Bevölkerung haben Angst, dass man uns schon längst bombardieren würde, wenn er den Krieg nicht begonnen hätte. Wer uns da hätte bombardieren sollen und wozu, das wird nicht weiter erklärt. Hier geht es nur um die psychische Beeinflussung dieser Menschen. Inzwischen wird den Menschen bereits ein anderes Narrativ eingetrichtert. Die Hypothese, hätten wir nicht losgeschlagen, würde man uns jetzt bombardieren, steht nicht mehr an erster Stelle. Jetzt lautet das Narrativ, es ist egal, warum wir den Krieg angefangen haben. Aber wenn wir keinen Sieg erringen, dann wird Russland zugrunde gerichtet und jeder Einzelne von euch wird dafür bestraft. Warum soll Russland zugrunde gerichtet werden? Und jeder Einzelne dafür bestraft? Das hat es doch noch nie gegeben. Das spielt aber keine Rolle. Aber Putin sagt, ich werde euch beschützen. Es spielt keine Rolle mehr, warum das alles angefangen hat. Aber wenn ich euch nicht beschütze, wird es euch allen schlecht ergeben. Es ist ja nicht so, dass die Menschen verlangt hätten, er möge sie gegen irgendwen in den Krieg führen. Nein. Der Krieg ist gleichsam aus dem Nichts aufgetaucht. Und jetzt müssen wir einfach siegen, weil es sonst uns allen an den Kragen geht. Das ist ja auch das Narrativ der Linken im Westen, die eben Angst haben, dass wenn Putin verliert, wird es eigentlich schlimmer, als wenn die Ukraine gewinnt. Also es gibt ja auch hier dieses Narrativ, dass Menschen im Westen glauben, es darf nicht kaputt gehen, weil dann alles zerstört wird, weil er alles nach sich zieht. Es ist ja, wir sind ja vor Büchern, wenn man sie so hört, diese, ich denke schon, dass das eine Ideologie ist, es ist ja auch eine Fiktion. Also er arbeitet ganz stark mit Fiktionen, mit Angstfiktionen, mit archaischen Ängsten der Menschen. Es wird alles zerfallen, wo stehe ich, wenn die Menschen ohnehin noch ein Trauma haben aus einer vorherigen Zeit. Sie haben vorhin über die beiden Autoren gesagt, sie haben sie gefragt, als sie sie kennengelernt haben, woher sie das wussten, was passiert, also ihre Fiktion dieses, ja, Grauen eigentlich antizipiert hat. Sie waren ja damals in dem Land. Haben Sie je gedacht, dass ihr Land dort landet, wo es heute ist? War es für Sie vorstellbar, vor 25, 30 Jahren, dass es heute sein wird, wo es ist? Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Es gibt natürlich Schnittmengen, aber eigentlich ist es eine andere Geschichte. Als ich in der Sowjetunion lebte, waren wir auch überzeugt, dass alle uns angreifen wollen. Und wenn wir uns verteidigen wollen, müssen wir sehr stark sein. Die ersten 30 Jahre meines Lebens sind wie folgt verlaufen. Hinter dem Kindergarten, in den ich ging, gleich hinter der Mauer, lag ein Werk, das unter anderem Rüstungsgüter produzierte. Auch in der Schule spielte die Rüstungsindustrie immer eine wichtige Rolle. Dann habe ich auch an der Uni in einer Militärfakultät studiert und später in einer Fabrik gearbeitet. Ich habe immer geglaubt, dass wir das brauchen, um uns für irgendwelchen Menschen da draußen zu verteidigen, die uns sonst unweigerlich angreifen. Natürlich war das damals nicht völlig aus der Luft gegriffen. Es gab durchaus ernsthafte Motive dafür. Ich weiß noch, wie in der Schule einmal Männer, so im Alter von 1945 oder 1950, in unsere Klasse kamen und uns vom Zweiten Weltkrieg erzählten. Sie erzählten uns von Hitlers Überfall auf die Sowjetunion, davon, wie wenig wir darauf vorbereitet waren und glaubten, dass wir jetzt alle umgebracht werden. Und dieses Buch, die Lebenden und die Toten von Konstantin Simonow, erzählt genau von diesem Gefühl der Hilflosigkeit, wenn du an die Front fährst und du keine richtigen Waffen hast. Und dann wirst du angegriffen. Und die haben all diese Militärtechnik und du hast nichts dergleichen. Du bist völlig wehrlos. Man will dir ans Leben. Und du kannst nicht darauf reagieren, von einer Verteidigung ganz zu schweigen. Diese Erfahrung war für diese Männer so traumatisch. Und sie haben uns Kindern das damals so eindrücklich erzählt, dass mir das für die nächsten 20 Jahre gereicht hat. Ich habe damals begriffen, dass ich so eine Situation unbedingt vermeiden muss, dass mich jemand umzubringen versucht und ich mich nicht verteidigen kann. Das war eine Lehre fürs Leben. Aber später hat sich mir dann ja die Welt da draußen geöffnet. Und ich begriff, dass da ganz andere Menschen leben. Die haben völlig andere Pläne. Und dass mir niemand an den Kragen will. Aber wie haben Sie das verstanden? Was ist passiert? Und warum haben es andere nicht verstanden? Wissen Sie, damals haben das schon viele verstanden. Das war irgendwann allen klar. Aber Russland ist eben ein riesiges Land. Und nur etwa sechs Prozent der Bevölkerung haben eine längere, unmittelbare Erfahrungen mit Menschen jenseits unserer Landesgrenzen gemacht. Und diese Erfahrung ist auch nicht unbedingt immer positiv verlaufen. Die einen haben Erfahrungen mit dem Westen gemacht, der ja auch seine eigenen Vorstellungen von der Welt hat. Andere fahren nach China und stehen im Museum der Revolution plötzlich vor einer Landkarte, auf der die Region, in der sie leben, als Gebiet markiert ist, auf das China Ansprüche erhebt. Und dann kehren diese Leute nach Hause zurück und sagen wieder, wenn wir uns hier nicht verteidigen können, wird man uns schon morgen von hier vertreiben, weil unsere Nachbarn glauben, dass unsere Region ihnen gehört. Das alles ist nicht so einfach. Damit muss man arbeiten. Ich glaube nicht, dass man diese Ideologie der Verteidigung so schnell los führt. Aber was man meiner Meinung nach leicht überwinden kann, ist die Ideologie, dass wir immer nur einen einzigen militärischen Führer brauchen. Und dass wir diesem militärischen Führer alles abgeben müssen. Weil unsere wichtigste Aufgabe darin besteht, uns zu schützen. Ich glaube, das ist machbar. Wir müssen einfach unser kollektives Bewusstsein von dieser Ideologie befreien, dass da dieser eine konkrete äußere Feind existiert. Das halte ich für durchaus realistisch. Ebenso wie die Föderalisierung des Landes. Aber Sie haben eben gesagt, als Sie selbst, dass Sie selbst irgendwann verstanden haben, es wird nach Ihrem Militärstudium oder Ihrem Studium an der Militäruniversität, haben Sie gesagt, ich habe verstanden, mir will keiner was. Was hat Ihre Welt geöffnet? Also es war ja doch eine, ja, ich würde sagen, fast eine ideologische Erziehung, immer sich so zu führen. Und das aufzubrechen, muss ja Arbeit gewesen sein. Wie haben Sie das geschafft? Oder welche Erfahrungen hat das ausgelöst? Ich hatte einfach nur Glück. Denn ich hatte häufig Kontakt mit Menschen außerhalb Russlands. So konnte ich persönliche Erfahrungen machen, habe diese Menschen selbst gesehen, mit ihnen gesprochen. Nach einer gewissen Zeit habe ich dann auch verstanden, was für Ziele sie tatsächlich verfolgen. Was für Ziele verfolgen sie tatsächlich? Also, ich war ja Geschäftsmann. Da wollten die einen natürlich einfach nur Geld verdienen. Andere wollten kein zusätzliches Geld, sondern eher irgendwo Einsparungen machen. Wieder andere gaben sich mit wenig Geld zufrieden. Dafür war ihnen wichtig, dass man sie in Ruhe ließ. Aber kein einziger von ihnen wollte mit irgendeinem Nachbarn Krieg führen, um diesem irgendwas wegzunehmen. Das ist mir im Laufe der Zeit auch klar geworden, dass das schon allein deshalb eine ganz schlechte Idee ist, weil sie nichts bringt. Wenn du jemandem etwas wegnimmst, macht das dein Leben doch nicht besser. Das war vielleicht vor tausend Jahren so. Da konntest du dir irgendwelche Sklaven rauben oder irgendein Stück fruchtbare Erde unter den Nagel reißen. Damals lag noch irgendein Sinn darin, Krieg zu führen. Aber wenn du Investitionen und Technologien benötigst, wenn du die Inspiration von Menschen brauchst, die die Welt verändern wollen, dann ist der Krieg kein Mittel, um reich zu werden. Dann geht die Welt gerade in eine vormoderne Zeit zurück? Zweifellos. Was Putin für Russland und für unsere nächsten Nachbarn gezeigt hat und was auch einige unserer nächsten Nachbarn sowie eine ganze Reihe anderer Diktatoren in unterschiedlichen Regionen belegen? Francis Fukuyama hat sein Buch vom Ende der Geschichte zu früh geschrieben. Es stimmt zwar noch, dass ein Krieg keinen Gewinn bringt, aber es stimmt nicht, dass das alle begreifen. Es stimmt nicht, dass wenn du nicht bereit bist, dich auch mit Waffengewalt zu verteidigen, sagen, dass du das niemals brauchen wirst. Das bringt dir keine Vorteile. Und du wirst mit dieser Haltung ganz sicher verlieren. Du kannst also heutzutage einfach nicht mehr sagen, ich bin grundsätzlich nicht bereit zu kämpfen. Denn das kann am Ende bedeuten, dass man dich umbringt. Nur weil das ein bestimmter Mensch so will. Und der kann dann behaupten, dass ich ihn umgebracht habe, ist mein Verdienst. Hätte ich das nicht getan, hätte er euch alle angegriffen. Und so weiter. Das sehen wir übrigens auch in unserem Alltag. In Deutschland wahrscheinlich weniger. In anderen Ländern dafür mehr. Zum Beispiel. Wenn die Polizei dort den wahren Schuldigen für irgendein Verbrechen nicht ausfindig machen kann, schnappt sie sich einfach jemanden, der aber völlig unschuldig ist und behauptet, der Mann hat es getan. Wenn unsere heldenhaften Polizisten ihn nicht überwältigt hätten, wäre noch viel Schlimmeres passiert. Dabei ist dieser Mensch völlig unschuldig. Wenn es kein Rechtssystem gibt, wenn einem die Gesetze keinen Schutz bieten, wenn niemand das Völkerrecht verteidigt, dann gibt es keinen anderen Ausweg. Dann muss man bereit sein zu sagen, nein, du machst mich nicht zum Sündenbock. Das lasse ich nicht zu. Hatte Sie überrascht, wie bereit die Ukrainer waren? Weil auch Sie waren ja westlicher geworden und offener. Ich hatte schon immer eine ziemlich klare Vorstellung von der Ukraine. Ich kenne viele Menschen in diesem Land. Was mich eher überrascht hat, dass Putin und seine Entourage wirklich glauben, sie könnten das Gebiet des Landes einfach so besetzen und das politische Regime ablösen, und zwar ohne Waffengewalt. Dass sie offenbar dachten, es reichen nur ein paar Schlagstöcke und Schutzschilde, um den Menschen dort zu diktieren, wie sie weiter zu leben haben. Putin hat sich da schwer geirrt. Was übrigens auch mit den Beschränkungen während der Corona-Pandemie zu tun hat. Diese totale Abgeschlossenheit über zwei Jahre hinweg. Die Tatsache, dass nur noch ganz wenige Menschen zu ihm gelassen wurden. Das hat dazu geführt, dass sich all diese verrückten Gedanken, die er in seinem Kopf hatte, unglaublich vermehrt haben. Er hatte nur mit ein paar Leuten Kontakt. Das waren der Milliardär Kowalczuk und der Oligarch Medvedschuk, die ihm möglicherweise aus eigennützigen Überlegungen nicht die Wahrheit gesagt haben. Die Folgen sehen wir heute. Sie haben gerade vom Rechtssystem gesprochen oder vom Nichtvorhandensein eines Rechtssystems, Völkerrecht, aber auch in Russland. Und das Rechtssystem dort hat sie ja ins Gefängnis gebracht. Sie haben zehn Jahre im Gefängnis verbracht, wegen Steuerhinterziehung hieß das, soweit ich gelesen habe. Und diese Zeit, also ich würde vielleicht auch noch mal ein bisschen, bevor ich die Frage, wie es im Gefängnis für sie war, doch noch mal über dieses Business reden. Weil sie sagten, sie haben den Westen kennengelernt und Business verstanden. Sie sind sehr reich geworden, weit reicher als meine Vorstellungskraft das überhaupt kann. Es gibt ja für russische Menschen diesen Begriff der Oligarchie. Also ich habe mich immer gefragt, wie diese Oligarchie ist. Jetzt sitzen Sie da und was ist anders an... Herzlich willkommen. Also in den USA spricht man von Multimilliardären, Supermilliardären, von Musk und Tech, aber in Russland spricht man eben von Oligarchen. Was war diese Welt, wie war diese Welt und wie sind Sie da hingekommen? Und jetzt heute lese ich, dass sie auch durch diese Oligarchische Welt oder Welt der Oligarchen Ideen haben, wie beispielsweise, dass die Gewinne direkt an die Bevölkerung gehen sollten. Also dass man den Staat und die Oligarchen und die Bevölkerung anders organisiert, als es bisher üblich war. So sind auch zum Beispiel Ideen von Musk mit, wie kommen wir weg um den Staat, aber bei Ihnen habe ich das... Also Musk und einige dieser jungen Reichen in den USA träumen ja auch davon, dass es den Staat nicht braucht. Aber ich habe oft den Eindruck, sie träumen davon, um nur selber noch mächtiger zu werden und nicht mit einer Verantwortung für die Bevölkerung. Wenn ich Ihre Ideen lese, dann ist es, als würde man mit den Oligarchen eine Verantwortung doch für die Bevölkerung noch suchen, also sie wollen eine Lebensrente für die Menschen oder sie denken nach über, wie, welche Verantwortung Superreiche haben. Also eigentlich ein sehr linker Diskurs, auch wenn Sie jetzt sagen, wie kann man... Ja, also Sie sind, also ich sage Ihnen nur was, ich frage, wie kommen Sie zu... Aus dieser Welt der Reichen, die für mich, wie Sie sagen, herzlich willkommen, sehr unbekannt ist, wie blickt man auf politische Organisationen von Reichtum, Verteilung in einem Land in Russland, wo es ja auch sehr viel Armut gibt? Zunächst würde ich mir wünschen, dass Menschen, die Bücher lesen, auch die Begriffe richtig verwenden. Manchmal verwenden Menschen den Terminus Oligarch auf etwas, was mit Oligarchie nichts zu tun hat, weil das irgendwie so ein schönes Schimpfwort ist. Wie nennen wir einen Reichen und zeigen ihm, dass wir ihn nicht mögen? Am besten Oligarch. Aber andere wissen das ja nicht, dass du diesen Begriff nur verwendest, weil er so einen Geschmäckler hat. Zumal, wenn eine intelligente, gebildete Person so etwas sagt. Und sobald Putin einen Krieg beginnt, müssen wir diese Oligarchen mit Sanktionen zwingen, Putin zu überreden, den Krieg zu beenden. Denn wenn du ein Oligarch bist, bist du nicht nur eine reiche Person, sondern eine Person mit politischer Macht. Na dann los! Nutze deine Macht! Aber das kann er nicht. Natürlich bin ich dafür, dass Sanktionen gegen Putins engste Vertraute verhängt werden. Gegen jene Leute, die heute noch Geld verdienen, indem sie ihre Nähe zu diesem Regime ausnutzen. Aber sie können Putins Position nicht ändern. Dann versucht man dem auf den Grund zu gehen. Moment mal! Das sind doch Oligarchen! Warum können sie das nicht? Und dann wird ihnen klar, dass diese intelligente und belesene Person, der ihnen sagt, dass das alles Oligarchen sind, diesen Begriff einfach nur so verwendet hat. In Ermangelung eines anderen Begriffs. Und wie sich herausstellt, hat man dann politisch falsch gehandelt. Einfach, weil man Personen falsch bezeichnet hat. Also, die Reichen sind in Russland nie echte Oligarchen gewesen. Weil in diesem Land, in dem die Tradition der Alleinherrschaft so groß ist, dir dein Reichtum noch lange kein Recht auf politische Macht verschafft. Das war noch nie so. Alle diese Leute sind natürlich Putins Agenten. Sie können in seinem Auftrag großen Einfluss auf das politische Leben der verschiedenen Länder, einschließlich Deutschland, ausüben. Aber in umgekehrter Richtung haben sie keinerlei politischen Einfluss. Aber Sie haben bei den mächtigen in der Politik dieses Bild verwendet von den vier Kreisen, dass man immer mehr bei sich wird und eben nicht mehr weiß, was draußen ist. Jetzt kann ich ja nicht mehr Oligarchen sagen, weil Sie sagen, das ist kein guter Begriff. Dann sagen wir, die Superreichen. Oligarchen sind die dann auch in Ihren Zirkeln oder wie kommen die denn raus aus Ihren Zirkeln? Das ist ja natürlich auch eine Schwierigkeit. Wie komme ich an die Bevölkerung ran? Gut, dann nennen wir Journalisten eben auch Oligarchen. Warum nicht? Sie gehören ja auch zu diesen Zirkeln. Oder die Duma-Abgeordneten. Auch sie gehören dazu. Oder die Polizisten. Oder das Militär. Sie gehören auch alle zu diesen Zirkeln. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ein Oligarch ist eine Person, die politische Macht und wirtschaftliche Macht in einer Hand vereint. Leider, und das ist wirklich zu bedauern, hat es richtige Oligarchen in der Ukraine gegeben. Ich weiß nicht, ob sie heute noch existieren. Das waren richtige Oligarchen. Die sowohl politische als auch wirtschaftliche Macht besaßen. Und diese Oligarchie hat der Ukraine in mancher Hinsicht geholfen, ein demokratisches Land zu bleiben. Wobei, hätten sie ihre Macht noch weiter ausdehnen können, wäre das Land heute wahrscheinlich auch nicht mehr demokratisch. Aber so gab es zumindest gewisse Checks and Balances, die der Ukraine ihre Demokratie bewahrten. In Russland hat es nie Oligarchen gegeben. Es gab reiche Menschen, Agenten Putins. Aber auch Beamte, die sich durch ihren Platz im System der Macht illegal bereichert haben. Aber keiner von ihnen hat jemals aufgrund wirtschaftlicher Möglichkeiten politische Macht erlangt. In Russland gibt es so ein altes Gleichnis. Ich werde alles kaufen, sagte das Gold. Ich nehme alles, sagte das Eisen. Hier in Russland war das Eisen, also die Stärke, die Gewalt, immer wichtiger als das Gold, also der Reichtum. Aber davon abgesehen, wenn wir von den Reichen in Russland sprechen, so hatten einige von ihnen eben Einfluss, weil sie sich politisch betätigten, andere wiederum hatten keinen Einfluss, weil sie sich aus der Politik heraushielten. Wiederum andere, wie zum Beispiel ich, hatten zuerst keinen Einfluss, später aber schon, weil sie erst eine Zeit lang politisch inaktiv waren und erst später aktiv wurden. Mit der Zu- oder Abnahme ihres Reichtums hatte das nie wirklich viel zu tun. Wenn wir also nur über reiche Leute sprechen, so ist diese Situation ganz einfach zu erklären. In Zeiten radikaler Umbrüche, egal ob politischer oder technologischer Natur, gewinnen nicht diejenigen, die auf einer Truhe voller Gold sitzen. Sondern es gewinnen diejenigen, die schneller und zielgerichteter handeln. Diejenigen, die über Informationen und Wissen verfügen und bereit sind, das alles einzusetzen. Ich hatte Glück. Ich befand mich damals in der Nähe des Zentrums, in dem die Entscheidungen getroffen werden. Das ist in Russland, immer Moskau. Ich war gebildet, hatte drei Abschlüsse gemacht, im technischen, juristischen und wirtschaftlichen Bereich. Davon gibt es nicht so viele Leute in Russland. Außerdem bin ich ein ziemlich guter Manager. Das hat sich so ergeben. Das kann ich einfach gut. Andere können gut Gedichte schreiben. Ich dagegen kann einfach ziemlich gut Menschen führen. Ich wollte mir damals etwas Eigenes aufbauen. Wahrscheinlich hätte ich das auch in der Politik erreichen können. Ich habe das auch versucht. Ich war 1990 mal Berater von Ivan Silaev, dem Premierminister der Russischen Föderation. Aber ich habe bald verstanden, dass die Arbeit im Staatsapparat nichts für mich ist. Ein Albtraum. Wer im Staatsapparat arbeiten will, muss schon ganz besonders drauf sein. Ich bin in die Wirtschaft gegangen und seitdem dort geblieben. Das hatte ich davor schon gemacht. Seit 1987. Dann wieder danach. Mir hat das immer gefallen. Aber als ich aus dem Gefängnis kam, habe ich es wieder versucht. Habe dann aber begriffen, dass ich das Interesse daran total verloren hatte. Ich wusste, ich kann es noch. Hatte aber keine Lust mehr. Und das war dann das Ende meiner unternehmerischen Laufbahn. Natürlich mache ich noch etwas und verdiene etwas Geld. Aber das ist wie mit dem Abwasch. Ich kann nicht sagen, dass mir Geschirrspülen sonderlich Spaß macht, aber es muss getan werden. Aber zehn Jahre Haft. Wie sind Sie geistig klar geblieben? Erstens habe ich mir gesagt, ich werde nicht mit meinem Kopf im Gefängnis leben. Mit dem Kopf werde ich in Freiheit leben. Wenn ich etwas unternehmen musste, zum Beispiel wenn ich in einer Strafzelle saß, um mich herum nichts als graue Wände, da habe ich zum Beispiel im Kopf irgendein Zimmer in meinem Haus einzurichten begonnen. Ich bin all die Wege abgegangen, die ich kenne und habe mir dabei überlegt, was ich dort vielleicht verändern, verbessern könnte. So etwas hilft. Und natürlich Bücher. Welche Bücher waren es in der Haft? Oh, ganz verschiedene. Ich habe die Brüder Strogatzky noch mal gelesen. Das hier. Und das hier. Und das da hinten auch. Und den Simonow. Den Grossmann hat mir jemand ins Gefängnis geschickt, als moralische Unterstützung. Im Gefängnis habe ich dann schließlich auch die ganze Bibel durchgelesen. Dann habe ich versucht, den Koran zu lesen. Das hat mich einfach interessiert. Ich will nicht behaupten, dass ich den Koran wirklich verstanden habe. Aber ich habe mir dann Bücher mit Kommentaren von muslimischen Koranwissenschaftlern geholt. Und das hat mir geholfen. Die Schriften der russischen Orthodoxie konnte ich auch so verstehen. Aber der Koran war da für mich einfach weniger zugänglich. Die Kommentare der muslimischen Theologen haben mir den Zugang eröffnet. Das fand ich damals wirklich sehr interessant. Du begreifst, was, warum und wozu, wie gemacht wird. Du verstehst, was diese Menschen sagen. Sowohl die orthodoxen Christen, als auch die Juden und die Muslime. Du verstehst, worüber sie streiten. Du verstehst, wie das damals war. Ich habe dann auch ein Buch zur Geschichte der Religionen gelesen und verstanden, warum die Menschen damals, in jener fernen Zeit, über genau diese Dinge gestritten haben. Wirklich sehr interessant. Ich empfehle das jedem, der, so wie ich damals, viel Zeit in einer Strafzelle zahlt. Was war das Schwerste für Sie, emotional? Natürlich die Abwesenheit von Familie und Freunden. Ich bin nun wirklich keiner, der ständig Gesellschaft braucht. Wahrscheinlich wie jeder Mensch in einer großen Stadt. Bei dieser riesigen Menschenmenge bin ich lieber für mich allein. Wie nennt man das? Ich bin jetzt einsam in der Masse. Also, man braucht diese Masse. Aber man braucht auch Menschen, die einem innerlich nahe stehen. Ich bewege mich ja leicht von Land zu Land, von Region zu Region. Das spielt für mich keine Rolle, solange die Menschen, die mir nahe stehen, nur eine Armlänge von mir entfernt sind. Derzeit sieht das allerdings etwas anders aus. Sie sind dort, in Israel, aber trotzdem nur eine armes Länge entfernt. Es ist mir also eigentlich nicht so wichtig, was ringsum passiert. Aber damals haben sie ja einfach alles abgeschaltet. Du kannst nicht einfach die Hand ausstrecken. Du kannst nicht reden. Niemanden umarmen. Es ist wirklich hart. Ich hatte in den zehn Jahren zwar ein paar Besucher, aber nicht viel. Vielleicht zehn oder zwölf in der ganzen Zeit. Und Anrufe? Während der letzten drei Jahre gab es diese Möglichkeit. Also sieben Jahre ohne Gespräche mit nahen Menschen. Ja. Aber es gab immerhin Besuche, bei denen man sich durch eine Glasscheibe hindurch unterhalten konnte. Zwar nicht oft, aber immerhin. Da hast du dann mit den Eltern gesprochen. Oder mit deiner Frau, aber nie gleichzeitig mit beiden. Oder mit den Kindern. Natürlich ist das nicht gerade schön. Es ist eine schlimme Schikane. Haben Sie Schach gespielt, um später Ihren Freund Kasparov zu schlagen? Nun, erstens war ich damals noch nicht mit Kasparov befreundet. Zweitens. Zweitens bin ich kein großer Spieler. Das habe ich mir damals im Gefängnis gesagt. Ich lasse die Finger vom Spiel. Ein für alle Mal. Wenn du im Gefängnis anfängst zu spielen, handelst du dir eine Menge Ärger ein. Weil dich die Leute im Gefängnis dadurch von sich abhängig machen. Da geht es um Hierarchie. Sie sorgen dafür, dass du Probleme bekommst. Damit sie sie für dich lösen können. Im Knast existiert nun mal eine ganz bestimmte Subkultur. Da hält man sich besser raus. Ich habe zum Beispiel im Gefängnis aufgehört zu rauchen. Aber nicht, weil das der Gesundheit schadet. Sondern weil ich wusste, dass dich die Leute durch solche Abhängigkeiten gefügig machen. Und da ich das nicht mag, habe ich lieber aufgehört zu rauchen. Ich habe keine Spiele gespielt. Ich hatte im Gefängnis auch keine Freunde. Denn auch so üben sie im Gefängnis Druck auf dich aus. Hier bin ich. Und dort ist das Leben jenseits der Mauer. Und zwischen mir und der Welt jenseits der Mauer ist nichts. Absolute Leere. Und das zehn Jahre lang. Aber Ihr Übersetzer hat mir verraten, dass Sie ein kleines Buch geschrieben haben über die Menschen, die mit Ihnen im Gefängnis waren. Also, Sie haben beobachtet. Ja, das stimmt. Ich habe ein Buch über Sie geschrieben. Als Beobachter. Ich habe diese Menschen beobachtet. Außerdem muss ich sagen, dass einige von diesen Menschen sich als sehr gute Menschen erwiesen haben. Wirklich gute Menschen. Die es im Leben extrem schwer hatten. Aber gleichzeitig wusste ich, dass ich den Gefängniswärtern auf keinen Fall zeigen durfte, dass mir ein Mitgefangener am Herzen lag. Und dass wir ein freundschaftliches Verhältnis hatten. Der hätte dann sofort Probleme bekommen. Deswegen. Hier bin ich. Und dort sind die Menschen jenseits der Mauer. Und dazwischen ist nichts. Du willst mich mit persönlichen Beziehungen unter Druck setzen? Vergiss es. Dieser Mensch existiert für mich nicht. Ich meine, ich sehe ihn. Aber ich interagiere nicht mit ihm. So kann niemand mich mit Hilfe dieses Menschen unter Druck setzen. Das heißt, Sie haben ein System gebaut, um alles in sich zu schützen. Vor welcher Eigenschaft Sie zu verlieren, hatten Sie am meisten Angst? Naja, im Gefängnis kann eine Menge passieren. Zum Beispiel kannst du deinen Verstand verlieren. Aber wissen Sie, ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie vorsätzlich schikaniert wurde. Nein, nein. In der ersten Zeit im Gefängnis hatte ich eine leichte Klaustrophobie. Ich meine, ich bin nicht völlig durchgedreht damals. Aber ich mag nun mal keine geschlossenen Räume, Höhlen, Kammern. Das ist mir einfach unangenehm. Und dort kommt es eben vor, dass man dich in so einen Kasten einsperrt. 1,20 Meter hoch, 40 Zentimeter breit und 80 Zentimeter lang. Nicht, weil man dich ärgern will, sondern so wird man zum Gericht transportiert. Das ist ein abgeschlossener Kasten aus Metall. Die Temperatur? Na gut, im Winter ist es schön kalt. Aber im Sommer hat es da drin 50 Grad. Und das fünf Stunden lang. Du wirst ohnmächtig. Aber keiner macht den Kasten auf, nur weil du ohnmächtig geworden bist. Du kommst wieder zu dir. Man ist ja nicht die ganze Zeit bewusstlos. Dann sitzt du wieder herum. Und irgendwann verlierst du wieder das Bewusstsein. Schließlich holt man dich aus dem Kasten und du gehst in deine Zelle. Aber morgen geht's wieder zurück in den Kasten. Davon kannst du einfach verrückt werden. Oder auch nicht. Vielleicht sagst du dir einfach, na gut, damit muss ich jetzt leben. Es gibt also genügend Dinge, die du im Gefängnis verlieren kannst. Irgendwann wird dir einfach klar, dass dein Leben im Gefängnis sehr wenig wert ist. Praktisch nichts. Und auch dir selbst ist es praktisch nichts mehr wert. Aber gleichzeitig ist es die einzige Münze, die du in die Waagschale werfen kannst, um etwas durchzusetzen, das dir wichtig ist. Ich bin im Gefängnis viermal in Hungerstreik getreten. Zweimal in trockenen Hungerstreik. Wenn du weder isst noch trinkst. Alles, um bestimmte Forderungen durchzusetzen. Ich habe mir immer ausgerechnet, welche Forderungen ich stellen muss und wie wahrscheinlich es ist, dass man mir entgegenkommt. Ich wusste ja genau, wenn sie mir nicht entgegenkommen, sterbe ich. Denn wenn du einmal diese Münze auf den Tisch legst und nicht bekommst, was du willst, kannst du diese Münze nie mehr einsetzen. So kannst du im Gefängnis nicht leben, wenn du nicht mal mehr diese Münze hast. Das erste Mal in Hungerstreik getreten bin ich, weil sie meinen Freund Platon Lebedev, der schwer krank war, in eine Strafzelle gesteckt haben und sagten, dass er von dort nicht mehr lebend herauskommt. Dann habe ich gesagt, gut, dann habt ihr bald zwei Leichen. Und dann waren das sechs Tage trockener Hungerstreik. Erst haben sie mir nicht geglaubt. Aber ein trockener Hungerstreik lässt sich leicht überprüfen. Man misst einfach den Blutdruck. Ich war ja noch jung, 40 Jahre. Mein Blutdruck war bei 200. Klar, wenn du nichts trinkst, wird das Blut dicker und der Blutdruck steigt an. Du kannst jeden Augenblick an einem Blutgerinnsel sterben. Der Gefängnisleitung passte damals offenbar ein zusätzlicher Toter nicht in den Kram. Also hat ein gewisser Herr Kalinin, damals Chef aller russischen Justizvollzugsbehörden, im Fernsehen gesagt, wir haben Lebedev aus der Strafzelle entlassen, aber nicht, weil Khodorkovsky im Hungerstreik ist. Und danach habe ich diesen Hungerstreik beendet. Ich erinnere mich noch, dass ich überhaupt nicht durstig war. Weder durstig noch hungrig. Das Einzige, was man in der Situation mitbekommt, ist, dass man so langsam vor sich hin stirbt. Mir war alles egal. Außerdem hatte ich wunderschöne Halluzinationen. Aber ich erinnere mich heute noch an das erste Glas Wasser. Das ist wie eine Welle durch mich gegangen. Aber Sie waren dann bereit zu sterben, oder? Natürlich. Wenn ich nicht jedes dieser vier Male bereit gewesen wäre, zu sterben, hätte ich diese Hungerstreiks gar nicht erst begonnen. Das zweite Mal war dann, Sie haben versucht, mich in Einzelhaft zu stecken und behauptet, ich hätte das so gewollt. Das war ziemlich schlimm. Ich dachte, jetzt wollen Sie mich umbringen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn man mir schon ans Leder will, dann sterbe ich lieber im Kampf. Das war dann der zweite Ungerstreik. Dann gab es noch den Fall mit meinem Freund Vassili Aleksanian. Auch er war damals schwer krank. Und die Gefängnisleitung weigerte sich, ihn in ein Krankenhaus zu verlegen. Er hat dann vor Gericht erzählt, davon gibt es eine Aufzeichnung, dass man ihn erpresst habe, er bekäme erst die notwendigen Medikamente für seine HIV-Erkrankung, wenn er unterschreibe, was immer man ihm vorliegt. Er weigerte sich. Ich machte den Hungerstreik. Er wurde ins Krankenhaus verlegt. Innerhalb eines Jahres ging seine HIV-Infektion von Phase 1, einem milden Stadium, mit dem er hätte leben können, in Phase 4, also AIDS über. Daraufhin wurde er entlassen und starb ein Jahr später. So war das. Es gibt so einiges, was ich unseren Machthabern nie vergessen hätte. Erinnern Sie sich an den Tag, an dem Sie rausgekommen sind? Ja, natürlich, natürlich. Das war mitten in der Nacht. Ich wurde geweckt. Ein Mann fragte mich, wissen Sie, wer ich bin? Ich glaube, es war der Leiter der karelischen Strafvollzugsbehörde. Packen Sie Ihre Sachen, Sie fahren heute nach Hause. Na gut. Ich habe meine Sachen gepackt. In Petrosavodsk wurde ich in ein Flugzeug nach Petersburg gesetzt. Der Mann, der mich begleitete, sagte, der Geheimdienst FSB habe meinen Fall all die Jahre betreut. Ich fragte, was sind die Bedingungen? Ich wollte nicht alle Bedingungen annehmen. Man hatte mir ja schon einmal angeboten, ich solle ein Schuldeingeständnis unterschreiben, was ich damals ablehnte, woraufhin ich noch mal fünf Jahre absitzen musste. Aber diesmal sagte der Mann, er habe keine Anweisungen, mir irgendwelche Bedingungen mitzuteilen. Nur die Anstaltsjacke müssen Sie mir zurückgeben. Sie bekommen dafür diese Jacke vom Flughafen Pulkovo. Also gut. Wir tauschten Jacken, dann wurde ich zu einem deutschen Flugzeug geführt. Der Augenblick, als das Flugzeug abhob, wurde dann im entsprechenden Beschluss als Moment meiner Haftentlassung protokolliert. Ich kam hierher, nach Deutschland, nach Berlin. Ich weiß ja, dass in Deutschland derzeit unterschiedliche Meinungen über Angela Merkel kursieren. Für mich ist sie der Mensch, der mir das Leben gerettet hat. Und dafür werde ich ihr immer dankbar sein. Und natürlich Hans-Dietrich Genscher. Er hat es damals irgendwie hingekriegt, dass Angela Merkel sich so für mich eingesetzt hat. Das ist sein Verdienst. Das werde ich nie vergessen. Sie haben vorhin gesagt, das ist meine letzte Frage, dass Sie denken, Putin wird nicht ewig sein. Also es sind biologisch jetzt, auch zehn Jahre, irgendwann werden Menschen alt. Sie haben, glaube ich, in der Zeit, wo Sie nachgedacht haben, über die Art und Weise, wie Sie über Gesellschaft nachdenken, Sie haben eine Vision, wie Sie sich wünschen, wenn die Autokratie eben endet, dass sie nicht in die nächste Autokratie wächst, sondern Sie wünschen sich eine andere Zukunft. Und ich glaube, Sie kämpfen auch dafür. Also Sie versuchen, auf Ihre Art zu kommunizieren oder Ihre Art, über unsere Gesellschaft zu sprechen, Räume zu öffnen, dass Menschen sich vielleicht doch in eine Richtung bewegen, dass sie Demokratie verstehen, auch wenn sie in ideologisch geschlossenen Systemen aufgewachsen sind. Ist das für Sie, weil Sie sagen jetzt, Sie wollen jetzt kein Business mehr machen nach dem Gefängnis, ist das jetzt wie so eine zweite Chance oder wie gehen Sie jetzt um? Ist es Ihre Vision, was Sie noch für die Gesellschaft wollen oder ist es, was motiviert Sie jetzt sozusagen mit daran zu arbeiten, dass die Welt weniger autokratisch werden könnte? Nun zunächst ist das nicht meine zweite Chance, sondern für mich ist es mein viertes Leben. Mein erstes Leben hatte ich in der Rüstungsindustrie und in der Sowjetunion. Mein zweites waren die 15 bis 16 Jahre in der Wirtschaft. Mein drittes Leben waren die 10 Jahre im Gefängnis. Das war ja auch ein Leben und das hat mich vieles gelehrt. Sogar Bücher habe ich damals geschrieben und nun die letzten 10 Jahre. In der Rückschau muss ich feststellen, auch wenn ich das eigentlich nie bewusst angestrebt habe, dass ich 30 Jahre meines Lebens damit verbracht habe, für die Demokratie zu kämpfen. Das hat sich so ergeben. Das war nicht mein Plan. 1991 habe ich mit gegen die August-Putschisten gekämpft. 1993 haben wir zusammen mit Jelzin den Aufstand gegen die damals noch junge Demokratie niedergeschlagen, obwohl es damals ein großer Fehler war, das Parlament aufzulösen. Jelzins Verfassung von 1993 war ein großer Fehler. Auch wenn es damals anders aussah. Mein Anliegen war damals, die Demokratie zu verteidigen. Dann kam dieses sehr schwierige Jahr 1996, als wir dachten, dass jetzt das Kriegsrecht im Land verhängt wird. Damals haben wir Jelzin diesen Gedanken auszureden versucht, mit Erfolg. Ich weiß natürlich nicht, ob er es am Ende tatsächlich getan hätte, aber einflussreiche Personen in seinem Umfeld waren offenbar dafür. Alexander Koschakow zum Beispiel oder Michael Basukow. Dann kam das Jahr 2001, als wir für den Fernsehsender NTV kämpften. dann, 2003, meine Rede im Kreml über die Korruption in den höchsten Rängen der Macht, woraufhin die Jukos-Affäre begann. Ein halbes Jahr später landete ich im Gefängnis. Es folgten die zehn Jahre Haft, die ich überlebte, weil ich überzeugt war, dass ich trotz dieser Gefangenschaft weiterkämpfen musste. Ich schrieb Artikel, eine Reihe von Essays über die linke Wende, einige weitere Artikel und Bücher. Und die russische Gesellschaft hat meine Stimme vernommen. Auch in den letzten zehn Jahren haben wir diesen Kampf für die Demokratie weitergeführt. Ich habe also die Hälfte meines Lebens damit verbracht. Und warum? Weiß der Teufel. Ich bin ein Mann der Ideen. Am Anfang habe ich an den Kommunismus geglaubt. Dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich zum Narren gehalten wurde. So bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass es meine Aufgabe ist, ein System zu schaffen oder an der Schaffung eines solchen Systems mitzuwirken, in dem die Menschen ihr Leben selbst bestimmen können. Und zwar möglichst so, dass sie niemand zwingen kann, Dinge zu tun, die ihren eigentlichen Wünschen widersprechen. diese Arbeit befriedigt mich und ich habe in meinem Leben mehrmals Bilanz gezogen, weil ich wohl dachte, jetzt ist der geeignete Zeitpunkt dafür. Und da bin ich für mich zu der Erkenntnis gelangt, dass ich mit dieser Art von Bilanz ganz gut von der Bühne abtreten kann. hat Putin Angst vor Ihnen? Das weiß ich nicht. Dass er mich als einen gefährlichen Gegner betrachtet, steht außer Zweifel. Aber es ist sozusagen eine gemeinsame Tradition. Wir stehen schon so viele Jahre auf verschiedenen Seiten der Barrikaden, dass er sich inzwischen wohl einfach an diese gewisse Gefahr gewöhnt hat, die von meiner Seite ausgeht. Ob er nun Angst hat oder nicht, entzieht sich meiner Kenntnis. Dann danke ich, dass Sie da waren und dass Sie ein wenig über Bücher gesprochen haben und sehr viel über Ihr Leben und uns diese Einblicke gegeben haben. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.